16 Jahre Kanzleramt, das waren für Angela Merkel zweifellos 16 Jahre harte Arbeit. Ob es auch gute Arbeit war, daran scheiden sich die Geister. Das politische Erbe der Altkanzlerin ist umstritten. Insbesondere seit der Ukraine-Krieg Schwächen und Fehlentscheidungen der Ära Merkel sichtbar macht. Da mag es manch einem seltsam vorkommen, dass die Altkanzlerin morgen den höchsten Verdienstorden der Bundesrepublik erhält. Selbst in der eigenen Partei, wie Frank Buchwald herausfand. Ein Hauch von Wehmut, damals in Berlin. Großer Zapfenstreich, höchste militärische Ehren für Angela Merkel nach einer Amtszeit von 16 Jahren. Sie haben mich politisch und menschlich gefordert. Und zugleich haben sie mich immer auch erfüllt. Morgen bekommt sie den höchsten deutschen Orden. Das Großkreuz des Bundesverdienstordens mit Stern und Schulterband in besonderer Ausführung. Eine Auszeichnung, die bisher nur Helmut Kohl zuteil wurde und vor ihm Konrad Adenauer. Zu viel der Ehre, sagen Kritiker. Wenn Frank-Walter Steinmeier seiner alten Chefin diesen Orden verleiht, beweihräuchert er nicht nur Angela Merkel und die Probleme ihrer Ära, sondern auch sich selbst. Und ich glaube, das ist ein Akt der verantwortungslosen Ignoranz, der der Glaubwürdigkeit der Demokratie schadet. Probleme ihrer Ära, damit ist auch ihre Außenpolitik gemeint, verglüht in den Trümmern ukrainischer Städte. Viel zu lange habe Merkel den Worten Putins vertraut, nicht nur in Minsk, kritisiert Rödder, selbst CDU-Mitglied. Das ist in der Tat ein kapitaler außenpolitischer Fehler gewesen, vor dessen Scherben die deutsche Politik heute steht. Minsk hat verhindert über Jahre, dass es zum Ausbruch des Krieges gekommen ist. Übrigens steht die Ukraine heute wehrfähig da, was sie 2014 gar nicht gewesen wäre. Nur wenige treten so wie Armin Laschet für Merkel in die Bresche. Bei der CDU vielstimmiges Schweigen, keine Kritik, aber eben auch kein Lob. Und Getreue, die um gute Worte ringen, wirken etwas bemüht. Sie ist immer die patente Frau geblieben, als die sie ganz jung, 1990, Daran werde ich mich immer lebhaft erinnern, beim Vereinigungsparteitag der CDU, für viele überraschend zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt wurde. Das Schweigen rührt vielleicht auch von einer Energiepolitik voller Widersprüche. Erst wollte Merkel Atomkraft als Brückentechnologie erhalten. Der Ausstieg aus dem Ausstieg, dann nach Fukushima ihre hastige Energiewende, zurück zur Kohle. Bis die Klimaproteste 2019 sie auch hier zum Ausstieg zwangen, Merkel als Getriebene. Wie 2015 in der Flüchtlingskrise, da posierte sie gerne für Selfies, ließ sich für humanitäre Gesten feiern. Auf die Integration der Menschen aber war das Land nicht vorbereitet. Ich bin erstmal sehr zufrieden, dass man Leute in Not auch aufnehmen kann und dass Deutschland auch bereit war, diese Menschen aufzunehmen. Was aber Merkel, ihre Regierung und wir als Gesellschaft nicht verstanden haben, was wollen wir eigentlich schaffen? Was wollen wir, wie wollen wir diese Leute erreichen? Auf Kritik aber reagierte Merkel damals, genervt. Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land. Wenn man eine Persönlichkeit beurteilt, muss man das aus dem jeweiligen Moment tun und nicht im Nachhinein alles besser wissen. Aber es geht ja doch um einen Orden, den Höchst zumal und die Kritik wurzelt sehr viel tiefer. Angela Merkels Politik der Alternativlosigkeit hat eine Entwicklung der demokratischen Kultur in Deutschland befördert, in der nicht mehr die Vielfalt der unterschiedlichen Meinungen zählt, die in einem Wettstreit miteinander stehen, sondern in dem es nur noch die eine Wahrheit gibt, nämlich die eigene. Wenn euch 각 und Leute zu k iaulieren, wenn man alle waren? Untertitelung des ZDF, 2020